Und hi Leute, willkommen zu einer Neufolge, das habt ihr die Bildet. Und heute zeige ich mal euch, was ich umgehändert habe. Nämlich alle Fabriken und etc. war ja alles hier. Ich habe alles auf hier ganz hinten, ganz weit hinten umgestellt. Ich werde euch alles zeigen und ich werde auch zeigen, was ich alles so aufs Ding gemacht habe. Und wir werden heute auch weiter mit den Straßen weiterbauen. Also, ja, viel Spaß noch mit der Folge, ja. Ach mal, fordern wir mal den Ungebauchmetall, was wir allerdings hier haben. Okay, los gehen wir hier rüber und machen das so. Nein, nein, oh mein Gott, shit. Yo, Massenproduktion voll. Ja, wir werden dann jetzt weiterhin... Ich habe nämlich was bemerkt, wir hätten diese kleinen Industriegebäude, können wir wegmachen. Leute, ich habe was bemerkt, nämlich wir können diese kleinen Fabriken, also diese kleinen Fabriken können wir wegmachen. Und ich zeige euch auch direkt gleich mal, warum. Also diese Industriegebäude, das können wir einfach wegmachen. Ganz easy wegmachen. Hallo? Wieso macht er das nicht weg? Wegmachen. Ja? So, dann machen wir anstatt diesen kleinen, billigen, machen wir jetzt mal das hier hin. Das ist eine kleine Fabrik. Und ja, das machen wir mal direkt. So. Ach so, ja, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen mit den Straßen weiterbauen. Huh, ich mache mal Hetzen mit der Folge hier. Ganz ruhig, wir hetzen nicht, Alter. Chillen, chillen, ein bisschen chillen. Ich hetze ja die Folge richtig hier rein, Alter. Rein, rein, rein. Richtig gehetzt hier. Rein, rein. Okay, was, was, was hat dich da gerade geklickt? Verwaltung? Ja, Bürgermeistervilla. Die, die Villa der Bürgermeister, kann das sein? Die Villa der Bürgermeister? Die muss ja mega krass sein. Es passt doch gerade richtig geil mit diesem Rathaus hier daneben. Und dann hier dieses Bürgermeistervilla, richtig geil, passt das da rein. Packen wir einfach mal rein, ne? So. Das hat uns 100 Dinger gekostet. Dinger, Dinger, Dinger. Ähm, sammeln wir das mal ein. Das bringt uns nämlich doller. Scheine bringt uns das. So, kann man ja sehen hier. So, Häuser bauen, das tun wir jetzt gleich alles, tun wir jetzt gleich alles. Ähm. Ja, das, ja, chillen, chillen. Ach so, die Kapazität der, ähm, Dingen. Äh, obwohl, ne, das geht doch gar nicht. Ähm, dann machen wir mal hier erstmal alles anfordern, ne? Zack. Zack. Das geht ja immer ganz schnell eigentlich. Wow, ich liebe es immer, wenn diese Lichter angehen. Sieht nämlich so geil aus. Dann ist auf einmal so ein Flash. Ahem, der Flash. Ah ja, äh, hehehe. Es wird vielleicht ein Battle Cats Livestream geben. Zu dem Finale in Anführungsstrichen. Mal sehen, ob es ein Finale ist. Ich bin selbst erstmal gespannt. Und wenn es kein Finale ist von Battle Cats, dann, ähm, dann ist es halt ein chilliger Stream, ne? Äh, und es wird auch, wie gesagt, ein chilliger Stream dann geben, wenn schon. Und eigentlich rede ich nicht in den anderen Projekten, z.B. in SimCity oder im Reeler-Video über andere Projekte. Das mache ich normalerweise nicht, weil es geht ja um diese SimCity-Projekte und nicht um Battle Cats. Deswegen, wenn ich schon SimCity-Aufnahme mache, dass ich dann schon mich auf SimCity konzentriere und nicht über die ganze Zeit ständig über andere Dinge rede. Andere Battle Cats-Sachen, ich spiele SimCity-Sachen, aber rede dann über Battle Cats-Sachen, genau. Ne, das will ich einfach, dass es nicht vorkommt. Weil das ist dann auch, ne, das sollte einfach nicht da sein, so. So, machen wir dann nochmal. So, zwei Wohngebiete. Jo, können wir auch direkt mal so machen, ne? Ja, direkt mal hier ist so sein. Mache ich das mal so. So. Passt doch, oder? Passt doch. Jo, es passt so. Das passt wirklich so. Feuerwehr, Wasser, Parks, seht ihr? Seht ihr das? So macht man einen erfolgreichen Start. Nein, mal Spaß. So. Ähm, einfach Wassertürme. Ja, komm, platziert hier noch ein paar Wassertürme, ne? Aber ich darf mein ganzes Geld nicht ausgeben. Weil ich brauche es sowieso noch. So, Feuerwehr, ich weiß. Achso. Ähm, ja, dann werde ich das mal so umstellen kurz. So, machen wir dann mal schnell. Ganz easy, ganz legit, ganz einfach. Ach, shit. Ich sehe, so es reicht nicht aus. Bürgermeister Wille, du kommst hier hin. Und dann kommst du hier, du, du, du. Feuerwehrfabrik. Ah, es geht nicht ganz aus. Dann müssen wir dieses Haus anscheinend umstellen nach hier hinten, nach hier unten. Passt das Bürgermeisterhaus da hin? Nein? Okay. Dann stelle ich das Haus hier um und mache es so. Ganz easy oder so. Keine Ahnung, ist mir egal. Hauptsache, das Haus ist da so. Ganz leicht, oder? Ganz easy. Ganz, ganz leicht. Die, 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 die. Sims, die macht richtig Spaß aufzunehmen, auf jeden Fall. Oh, wieso klicke ich weg? So, machen wir nochmal so. Feuer, wo? Ach ja, watch this game. Ähm, ich bin gerade ein bisschen überfordert, obwohl eigentlich nicht. Okay, guck mal, Feuerwehr. So brauchen wir kein Feuerwehr. Wir brauchen überall Feuerwehr, oder? Ja, eigentlich ist überall gut platziert. Ähm, ja, dann lass uns doch die... Wie viel macht dieses Luxus? Ja, muss der einmal in die Mitte platzieren, und dann ist alles fertig. Nee, das kann man es natürlich nicht leisten. Deswegen machen wir diese Feuerwehr hier hin. Ich decke die alles wirklich hier hinten. Und dann haben wir dieses Gebiet hier hinten auch schon errichtet. Das sieht doch ganz schön aus eigentlich. Ja, ich weiß, ich werde das mit dem Bürgermeistergebiet und so, das werde ich noch ein bisschen umstellen, ja. Und, ähm, noch ein Haus, das können wir ja hier hin machen, dann passt das so. Äh, ja. Landschaftsspezialisierung. Zeug mal her. Ah, ja, stimmt. Aber das, das kostet Scheine, und ich hab keine Scheine, ich hab nur Münzen. Hm? Ja, ist das doof? Sieht das doof aus? Nein. So, machen wir so, weil dann können wir ja später hin, später hin, warte, so können wir ja verbinden, dann haben wir ja direkt so ein, so ein, so ein richtiger Verkehr. Warte, das, oh mein Gott. Sieht aus, warte mal. Das Hakenkreuz, da ist das, das war eigentlich ungewollt. Also, wäre dieses, dieses Teil hier unten nicht da, ähm, ne, da wäre, das ist ungewollt eigentlich, ne. Das ist eigentlich ungewollt, also, das war jetzt wirklich ungewollt. Bis auf halt dieses Teil da unten, aber der Rest war wirklich ungewollt. Hehehe. Sieht wirklich aus wie so ein Hakenkreuz. Ja, es sieht halt extrem nach einem Hakenkreuz aus, was soll ich da tun? Okay, Massenproduktion, zack. So. Okay. Ähm, ab zur Arbeit, ja, gerne. Könnt schon für mich arbeiten. Ja. Ja. So, machen wir dann noch mal hier so. Mach da perfekt hin, Alter. Dieses Gebiet ist ausgeschlachtet. Hier wird jetzt gebaut. Ja, ich finde dieses hintere Gebiet jetzt viel schöner. Wir wollten ja auch. Ähm, das machen wir mal so. Dann sieht das einfach schöner aus. Pff, unnützig. Machen wir so. Können wir ja hinten noch was bauen. So, dann machen wir so. Das wollte ich ja schon in der letzten Folge machen. Aber hab es verschoben. Damit ich das in der nächsten Folge machen kann. So, ich werde jetzt das hier nehmen und so machen. Zip. Und dann werde ich hier auch nochmal ein Zip machen. Okay, passt mit den Zips. Okay. Huch, hier gibt es so viel anzuklicken. Oh mein Gott. Anzug, ja, was auch immer. Ja, Leute, wir haben jetzt hier schon viel gebaut. Wir haben jetzt das hintere Gebiet schön weiter ausgebaut. Das Bürgermeister-Ding können wir ja jetzt umbauen. Wir können nämlich so machen. Oh. Und dann machen wir, äh, nö. Wir platzieren mal ein paar Parks. Ein paar Parks. Ja, das kann ich mir aber nicht leisten, weil es viel zu teuer ist. 15% und wie groß ist... Oh mein Gott. Das pusht ja extrem, aber das kann ich nicht. Das ist ja viel zu teuer für mich. So, das ist auch inzwischen viel zu teuer. Ich platzi das oder das. Machen wir das. Wir können uns das ja eigentlich... Also wir können uns diese... Machen wir hier hin. Und machen wir hier nochmal. Ja, so. Das pusht extrem die Einwohner. Es pusht die einfach nur extrem. Also die Bürgermeister-Villa. Ne, die sieht schon ganz gut aus. So. Okay, Leute. Das war, würde ich sagen, eine ganz schöne, solide Folge. Sind sie, die bildet. Ja, ich weiß, was dumm aussieht. Das sieht hier mit diesem langen Weg ziemlich behindert aus. Ich kann da ja noch an der Seite ziemlich viel platzieren. Aber man sieht auch einfach mal, es ruckelt überhaupt nicht. Und es ist halt, ne. Es ist stabil, es ist stabil. Ja, das war es eigentlich mit dieser Folge, SimCity bildet. Ja, das können wir so machen eigentlich. So und so auch. Okay. Eine ganz gute, chillige Folge, SimCity bildet. Und ja. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß mit dem Projekt. Ich habe auf jeden Fall extrem viel Spaß noch mit dem Projekt. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Und tschaui.